Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 38.750 US-Dollar. Also wir haben jetzt auch unseren letzten, zumindest vorübergehend, Support auf den kleineren Timeframes gebrochen. Wir sind jetzt hier gestern noch am Abtrend gebounced, haben es dann nicht mal mehr über den 200er SMA geschafft, nachdem wir noch eine schöne 4-Stunden-Kerze eigentlich hatten, die dann kurz vor Schluss doch nochmal rapide abverkauft wurde. Haben wir jetzt in den letzten Stunden den Breakout nach unten hingesehen. Momentan gibt uns dieses ehemalige Key-Level, beziehungsweise unser ehemaliger Widerstand noch etwas Support. Das ist so unsere letzte Hoffnung. Ansonsten sehen wir hier wirklich unser Golden Pocket, wo wir schon von längerer Zeit eigentlich drüber geredet haben, dass die Chance besteht, dass wir hier reingehen. Ein höheres Tief zumindest erst einmal bilden, hier vielleicht ein bisschen konsolidieren und dann hier vielleicht in der neuen Woche einen Breakout nach oben hinschaffen. Also das ist jetzt so die letzte Hoffnung, die wir momentan haben. Ansonsten werden dann doch wieder die Rufe hier in Richtung 32.000, 33.000 US-Dollar doch wieder etwas lauter. Wir dürfen es nicht außer Acht lassen, sage ich mal so. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall jetzt mittlerweile wieder, obwohl der RSI hier mittlerweile echt relativ weit unten ist. Also 26, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir hatten hier drüben mal einen Drop bis auf 18. Würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass wir hier wirklich in das Golden Pocket reingehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, jetzt nachdem wir diesen Support hier erst einmal durchbrochen haben. Klar, die 4 Stunden Kerze geht noch 30 Minuten, ob wir jetzt hier wirklich Power reinkriegen, dass wir hier doch noch drüber schließen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Jetzt wird es halt über den Tag entscheidend sein, ob wir jetzt wirklich runtergehen sollten. Hier unten dann wirklich mal einen Bound sehen oder hier vielleicht einen kleinen doppelten Boden und dann hier mit Schwung nach oben gehen. Also unser 7i-Gap liegt bei ca. 39.900 US-Dollar. Das könnt ihr euch schon mal für den morgigen Tag im Kopf behalten. Wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir dann heute hier ein bisschen ums Golden Pocket rumbouncen und dann am nächsten Tag bzw. in der nächsten Woche erst einmal einen Bound nach oben sehen. Ansonsten hält dieses Golden Pocket nicht. 0,786er bei ungefähr 35.600 US-Dollar ist auch noch eine Möglichkeit, habe ich euch ja auch schon darauf hingewiesen. Könnte dann so ein False Move sein, sage ich mal. Jeder denkt, wir bouncen am Golden Pocket, gehen dann aber ins 0,786er. Deswegen, wer sich hier in der Long-Position aufbaut. Meine Orders liegen einerseits hier, liegen am 0,786er und hier unten bei 33k. Ist zwar absolut risky, sage ich mal, in der momentanen Situation. Auch was geopolitisch weiterhin abgeht, wissen wir auf jeden Fall nicht. Deswegen ist absolut Vorsicht, keine Riesenposition jetzt hier aufbauen. Man kann sich vielleicht jetzt hier langsam aber sicher in der Long-Position aufbauen. Aber ich wäre trotzdem vorsichtig, hier jetzt All-In reinzugehen und zu sagen, ja, der Bounce muss hier unbedingt kommen oder bei 32.000, 33.000 US-Dollar. Bullish wäre es bis 27.000 US-Dollar circa. Nur um euch mal darauf hingewiesen zu haben, weil hier das Golden Pocket von unseren 3K, wo wir damals im Bärenmarkt waren bzw. Corona-Crash, bis zu unserem All-Time-High gezogen haben. Also das sind jetzt momentan die Gedanken, mit denen ich ungefähr spiele. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie die 4-Stunden-Candle aussieht bzw. die nächsten Stunden weiter vorangehen. Wie gesagt, momentan 38.700. Man sieht es hier drüben, wir hatten hier immer wieder Widerstand. Jetzt zum ersten Mal als Support angetestet. Dieser Pump hier ist jetzt schon wieder beinahe aufgefüllt. Also Golden Pocket ist auf jeden Fall möglich. Wir hatten hier noch einen Wig. Der wäre damit dann auch gefüllt. Also behaltet die Area hier auf jeden Fall mal im Auge. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz Ethereum an. Ethereum kommt langsam aber sicher hier und auch unserem Golden Pocket, sage ich mal, ein bisschen näher, was wir auch schon die ganze Zeit immer wieder angesprochen haben. Gestern haben wir gesagt, okay, wer da eine Long probieren will, sollte auf jeden Fall unter das 0786 seine Position legen, wenn nicht sogar unter das letzte Tief. Aber ansonsten, diesen Weg haben wir die ganze Woche schon drin. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass wir endlich mal ins Golden Pocket gehen. Könnte jetzt vielleicht eine Art Frontrunning sein, weil wir jetzt hier minimal über dem Golden Pocket sind. Wir bilden momentan noch ein höheres Hoch, auch weil wir in diesem Golden Pocket noch eine 4 Stunden Demand haben. Und die haben wir jetzt komplett gerade ausgenutzt. Also hier vielleicht ist es ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe euch ja auch schon immer gesagt, legt eure Orders vor das Golden Pocket und darunter. Baut euch eine Position in diesem Bereich auf, also nie direkt ins Golden Pocket, weil es Frontrunning sein kann. Das heißt, die Leute gehen vorher schon long. Man sieht es jetzt hier genau in dieser 4 Stunden Demandzone. Aber der Weg war die ganze Woche schon relativ safe, dass wir hier in diesem Bereich auf jeden Fall nochmal kommen könnten. Haben wir ja angedeutet. Ansonsten, 2400 US-Dollar sind dann auch noch eine Möglichkeit. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano hat das Key-Level gebrochen. Die Bearish-Divergence absolut aufgelöst. Ja, unter 1 Dollar, unter der wichtigen psychologischen 1 Dollar Marke, jetzt haben wir hier dieses Tief rausgenommen. Jetzt wird es interessant, ob wir hier noch sogar auf die 92 US-Dollar Cent gehen. Momentan scheint ein bisschen Gegenreaktion reinzukommen, also man sieht es hier minimal. Aber der Abverkaufsdruck ist einfach hin deutlich größer. Gut, schauen wir uns noch Polkadot an. Übrigens, kleiner Reminder, heute um 12 bis 13 Uhr bin ich bei der Kryptoeule live. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe schicken, wer noch in der Telegram-Gruppe ist. Kommt gerne dazu, Link ist wie morgen in der Videobeschreibung. Und lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Gut, schauen wir uns noch Polkadot an. Auch hier, wir sind wieder in unserer überdimensionalen Range, sage ich mal, die wir hier einmal verlassen haben. Head & Shoulders gebildet, Preisziel wurde erreicht. Jetzt gehen wir wieder langsam nach unten. Nächste interessante Zone wird dann hier, wo wir uns jetzt momentan gerade befinden. Abverkaufsdruck ist sogar noch relativ gering, dafür, dass die Kerze nur noch 25 Minuten geht. Also auch hier, Abverkaufsvolumen langsam nach. Gut, es ist Wochenende, dürfen wir auch nicht unterschätzen. Aber ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier keinen riesen Peak vom Abverkauf sehen. Schauen wir uns noch ein paar Altcoins dazu an. Engine hat es hier auch nicht geschafft am Golden Pocket. Also wir hatten hier den Bounce zum Golden Pocket, haben aber nicht mehr genug Schwummen gehabt. Über das 0,236er wieder zu kommen. Deswegen haben wir hier leider nicht das Preisziel hier bis ganz oben erreicht. Aber ansonsten Rollover gesehen und das Golden Pocket. Jetzt wird es uns interessiert, ob es 0,786er hier erst einmal hält. Wird sich zeigen, aber auch hier könnte sich dann Frontrunning im Endeffekt andeuten, dass wir nicht genau ans 0,786er gehen. Aber gut, es wird sich jetzt zeigen, ob Bitcoin wirklich Bock hat, hier ins Golden Pocket reinzugehen. Weil dann halte ich hier diesen Kurs auf jeden Fall um das 0,786er, vor allem bei den Altcoins, relativ für wahrscheinlich. Schauen wir uns Luna an. Luna, gleiches Spiel. Golden Pocket, dann ans 0,5er gekommen. 4 Stunden E-Mail-Ribbons, absolut rejected. Golden Pocket hat er nicht mehr gehalten. Das wäre dann das dritte Mal gewesen. Wäre aber auch nicht gut gewesen. Jetzt sind wir genau hier am 0,786er gebounced. Wenn das Level natürlich nicht hält, sehe ich hier wieder Kurse von 44 bis ungefähr 43 US-Dollar, weil wir hier noch eine 4 und 8 Stunden Demandzone haben, die dann uns vielleicht nochmal etwas Schwung nach oben geben könnte. Gut, dann, was können wir uns noch angucken? Sand vielleicht noch, auch wenn es jetzt momentan keinen Spaß macht, ganz ehrlich, irgendwelche Altcoins anzugucken, weil der Kurs das einfach nicht hergibt. Auch hier ehemaliges Level überhaupt nicht gehalten. Wir haben hier nicht mal einen richtigen Bounce gesehen, fallen jetzt hier drunter. Hier könnte jetzt dieser Bereich hier unten bei ungefähr 3,09 Dollar ins Auge stechen, weil wir hier unten doch noch ein bisschen mehr Konsolidierung hatten. Beziehungsweise hier in diesem Level, wo wir uns jetzt fast sogar befinden, geht Bitcoin ins Golden Pocket, dann auf jeden Fall die 3-Dollar-Marke im Auge behalten. Gut, schauen wir uns auch ganz kurz die News an. News gibt es momentan keine, nur noch eine Chilis und Monero Altcoin-Shot-Analyse. Wer dich sehen will, schaut bei CryptoGuru vorbei. Ansonsten, wie gesagt, um 12 Uhr heute live mit der Kryptoeule. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen, aber erst Nachmittag dann wieder. Nächste Woche kommen die Videos dann wieder nachmittags. Geht leider nicht anders zeitlich. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann, wie gesagt, morgen wieder. Entspannten Tag bis heute Mittag um 12 Uhr bei der Kryptoeule. Ich freue mich. Ansonsten, wie immer, stay crypto!